In den ersten beiden Videos der Serie haben wir die Grundlagen der benutzerdefinierten Formatierung in Excel kennengelernt. In diesem Video zum Abschluss zeige ich dir jetzt ein einfaches Beispiel, indem wir nochmals das Gelernte anwenden und außerdem noch ein paar weitere Tipps geben, die das noch besser machen können, indem wir zum Beispiel Icons verwenden, um Entwicklungen klar zu visualisieren. Dieses Mal gehen wir ein bisschen mehr in die Praxis. Und ich habe hier ein kleines, relativ überschaubares Arbeitsblatt vor mir, wie man das vielleicht für eine Präsentation über die Entwicklung des Geschäfts verwenden könnte. Ich sehe, dass ich hier zwei Jahre aufgelistet habe mit Umsatzzahlen für die jeweiligen Monate. Und dann kann ich einfach aus der Differenz eine Entwicklung von Jahr zu Jahr berechnen. Und das Ganze fasse ich unten noch zusammen, also wie ist die durchschnittliche Entwicklung über alle Monate gesehen, indem ich einen Mittelwert bilde. Zunächst einmal wollen wir uns jetzt diese Spalte hier anschauen und mit benutzerdefinierter Formatierung das Ganze ein bisschen übersichtlicher machen. Denn wir sehen hier zwar die einzelnen Zahlen, es wäre allerdings noch besser, wenn man auf den ersten Blick einfach direkt erkennen könnte, okay, wo sind positive Entwicklungen und wo sind negative Entwicklungen. Dementsprechend wähle ich das Ganze einmal aus und wir gehen zu unserer benutzerdefinierten Formatierung, indem ich STRG 1 drücke und dann bekommen wir unser übliches Fenster und ich kann zu benutzerdefiniert wechseln. Jetzt möchte ich wieder für meine verschiedenen Möglichkeiten, also positiv, negativ, null und Text, verschiedene Dinge angeben. Zunächst einmal schauen wir uns die positiven Entwicklungen an. Und in diesem Fall möchte ich einfach mal schreiben positiv, dann ein Leerzeichen und dann können wir mit der Raute unsere Nummer einfach nochmal übernehmen. Danach haben wir die negativen Entwicklungen. Und hier kann ich einfach negativ schreiben, ein Leerzeichen und wieder den Platzhalter für unsere Nummer. Dann können wir den Nullwert angeben und hier sage ich einfach mal nur keine Änderung. Die Null müssen wir nicht dazu schreiben, denn das ist bei keiner Änderung ja eigentlich klar. Und jetzt möchte ich nochmal etwas aufgreifen aus dem vorherigen Video dieser Serie, nämlich den Wert festzulegen für eine Zelle, in der Text steht. Und wir haben im letzten Video schon angesprochen, dass wir das Ganze so ein bisschen für Debugging verwenden können. Ich kann also hier nochmal hergehen. Ich schreibe in meine Ecke in Klammern zunächst eine Formatierungsanweisung, nämlich rot in meinem Fall, denn ich möchte das hervorgehoben haben. Und dann gebe ich als Text einfach keine Zahl an, in Anführungszeichen. Und das möchte ich einfach mal so übernehmen, als Ausgangspunkt für unsere benutzerdefinierte Formatierung. Ich bestätige das Ganze mit OK, dann mache ich das Ganze ein bisschen breiter, dass wir alles sehen können. Und jetzt sehe ich mehrere Dinge. Zum einen sehe ich schon mal OK. Ich sehe jeweils direkt, ob es eine positive oder eine negative Entwicklung war. Ich sehe bei der Zeile, in der es keine Veränderung gab, dass unsere keine Änderung hier korrekt drinsteht. Und ich sehe interessanterweise hier unten in der Zelle D14 keine Zahl. Das ist für dieses Arbeitsblatt noch relativ überschaubar gewesen. Vielleicht der ein oder andere, der genau auf den Wert dieser Zelle geschaut hat, den wir hier oben nochmal sehen, hat das schon bemerkt. Allerdings, wenn wir uns vorstellen, wir hätten sehr viel mehr Zeilen, würde uns das vielleicht erst einmal gar nicht auffallen. Und das ganz Schlimme daran ist, ich sehe hier unten bei meiner Mittelwertfunktion, die, wenn ich sie mal auswähle, den Mittelwert all dieser Entwicklungen berechnet, dass das für diese Mittelwertfunktion überhaupt kein Problem ist. Das bedeutet, dieser Wert hier, wo eben keine Zahl drinsteht, wird einfach ignoriert. Wir haben hier unten also auch noch einen Mittelwert, der am Ende überhaupt nicht mehr stimmt. Das ist ein Problem. Und dementsprechend sehe ich jetzt direkt durch meine benutzerdefinierte Formatierung, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Ganze kann ich korrigieren, indem ich sage, OK, hier steht natürlich eine 1, eine weitere und kein großes i. Und wenn ich das Ganze jetzt mit Enter bestätige, dann sehe ich zum einen, dass das hier formatiert wird, als Zahl dieses Mal. Und wir sehen, dass sich unser Mittelwert hier unten verändert hat. Das bedeutet, ohne dass ich das jetzt formatiert hätte und vielleicht hätte ich es übersehen, hätte ich hier unten einen ganz falschen Mittelwert für meine Entwicklung präsentiert. Das nochmal als kleine Wiederholung und als Hinweis, wie wir diesen Textwert tatsächlich auch für das Debugging und für die Fehlersuche verwenden können. Wir wollen jetzt allerdings das Ganze natürlich für eine Präsentation aufbereiten und wollen das dementsprechend noch ein bisschen schöner darstellen. Und das Coole ist, dass wir hier Symbole verwenden können. Symbole werden in Excel nämlich eigentlich wie Text behandelt. Und dementsprechend könnten wir hier, statt die eigentlichen Zahlen darzustellen, auch mit positiv, negativ oder wie auch immer, einfach Pfeile verwenden. Dazu möchte ich einfach mal meine Pfeile zunächst hier in mein Dokument einfügen, dass ich sie kopieren kann. Ich wähle also einfach eine leere Zelle aus als Platzhalter, können wir später wieder löschen. Und dann möchte ich im Menüband zum Punkt Einfügen gehen. Und dort finde ich ganz auf der rechten Seite den Punkt Symbole und kann dort Symbol auswählen. Sobald ich das mache, bekomme ich dieses Fenster und ich habe hier eine Menge verschiedener Symbole, die ich auswählen kann. Und wenn ich hier ein bisschen hin und her schaue und zu Punkt Währungssymbole, beziehungsweise kurz darunter Zahlenzeichen gehe, dann finde ich diese Pfeile, die ich verwenden kann. Und hier könnten wir ja mal sagen, ich könnte zum Beispiel diesen leicht hoch- und leicht runterpfeil und diesen Pfeil zur Seite verwenden, wenn wir eben positive, negative oder gleichbleibende Entwicklungen haben. Ich klicke das dementsprechend einmal an, genau in der Reihenfolge, wie wir es nachher auch brauchen. Also ich brauche zunächst ein Symbol für den positiven Wert. Da möchte ich diesen Pfeil nehmen. Füge das ein. Ich brauche ein Symbol für eine negative Entwicklung. Da würde ich diesen Pfeil hier nehmen und füge das ein. Und dann brauche ich noch irgendein Symbol für eine gleichbleibende Entwicklung oder dass sich eben nichts getan hat. Da kann ich jetzt überlegen, nehme ich diesen Pfeil, nehme ich einfach nur einen Strich. Bleibt eigentlich völlig mir überlassen. Ich nehme vielleicht einfach mal den Strich oder das Minuszeichen. Füge das ein, kann dieses Fenster schließen und sehe, dass ich jetzt hier meine Pfeile drin habe. Und die möchte ich mir einfach mal an dieser Stelle kopieren, also dass ich sie gleich in der Formatierung zur Verfügung habe. Dann wähle ich nochmal meine Entwicklungszellen hier aus. Kann STRG 1 drücken, um wieder mein Fenster für die Zellformatierung zu bekommen. Und jetzt möchte ich hier die Dinge ändern. Die Zahlen möchte ich für meine Präsentation gar nicht mehr drin haben. Das bedeutet, ich kann die Raute einfach bei positiv einmal löschen. Beziehungsweise, ich lösche einfach mal alles und wir fangen komplett von vorne an, indem ich erst einmal einfach nur unsere Symbole hier einfüge. Jetzt muss ich das Ganze natürlich trennen. Wir sagen, das soll für die positiven Zahlen sein. Das nächste Symbol ist für die negativen Zahlen. Und dann haben wir den Nullwert. Den Fehler mit dem Text haben wir ja gerade schon gesucht. Dementsprechend nehme ich den letzten Parameter oder den letzten Teil für Text jetzt mal nicht mehr auf. Denn wir sind uns sicher, dass wir hier keinen Text mehr haben. Jetzt kann ich allerdings diese Icons nicht nur so einfügen, sondern ich kann das Ganze noch ein bisschen aufhübschen, indem wir wieder Farben verwenden. Für eine positive Entwicklung würde ich also in der Regel zum Beispiel eine grüne Farbe verwenden. Das bedeutet, ich kann in eckigen Klammern hier davor einfach grün schreiben. Genauso wollen wir negative Entwicklungen rot darstellen. Auch hier schreibe ich also eckige Klammern davor und dann gebe ich rot ein. Für eine gleichbleibende Entwicklung brauchen wir eigentlich keine spezielle Farbe. Das bedeutet, in diesem Fall kann ich dieses Minuszeichen einfach so stehen lassen. Wenn ich jetzt das Ganze mit OK bestätige, dann schauen wir doch nochmal an, wie unsere Entwicklungsspalte aussieht. Und das ist ja schon mal sehr interessant. Wir haben jetzt also komplett ohne bedingte Formatierung, nur einfach mit benutzerdefinierten Angaben, unsere Entwicklung so visualisiert. Das Einzige, was mich persönlich jetzt an dieser Ansicht ein bisschen stört, ist, dass die Rot- und Grüntöne, die wir hier standardmäßig von Excel bekommen, wenn wir Rot und Grün in die benutzerdefinierte Formatierung schreiben, doch recht grell sind. Und meine restliche Präsentation mit den Blautönen ist doch eher gedeckt. Und es wäre ja vielleicht schöner, wenn man eher ein Dunkelrot und ein Dunkelgrün haben könnte, dass das Ganze einfach ein bisschen angenehmer aussieht. Glücklicherweise gibt es auch hierfür eine Lösung. Denn wir können in Excel nicht nur diese festen Farben, also Rot und Grün angeben, sondern wir können auch Farbcodes verwenden. Und diese findet ihr beim Link, den ich bei diesem Video hinzugefügt habe. Wir werden uns das Ganze jetzt aber auch zusammen kurz auf der Website anschauen. Mit dem Link aus der Beschreibung kommt ihr zu dieser Seite der Dokumentation von Microsoft. Und dort gibt es hier diese Standard-Farbpalette. Jeweils bei der Farbe steht hier eine Zahl. Und ich sehe direkt auf den ersten Blick, Mensch, die 9 und die 10, das sind einfach ein bisschen dunklere Töne von meinem Rot und meinem Grün. Und das ist eigentlich genau, was ich haben wollen würde in meiner Präsentation. Dementsprechend muss ich mir einfach nur diese Zahlen merken, nämlich 9 und 10, und kann zurück zu meiner Excel-Tabelle gehen. Hier wähle ich wieder meine entsprechenden Zellen aus, drücke Steuerung 1, um zurück zu unserer Formatierung zu kommen. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist dieses Grün und Rot in meinen eckigen Klammern durch Farbe und dann die Zahl zu ersetzen. Das bedeutet, für mein Grün gebe ich hier einfach Farbe 10 ein. Wichtig, auch dieses Farbe-Schlüsselwort ist immer in der Sprache, in der ihr Excel verwendet. Wenn ihr Excel aus irgendwelchen Gründen also auf Englisch eingestellt haben solltet, dann müsstet ihr hier Color 10 eingeben. In meinem Fall ist das alles Deutsch, dementsprechend Farbe. Und auch für das Rot ändere ich das, indem ich sage Farbe 9. Diese Codes habe ich einfach von der Dokumentationsseite, wie gesagt, die in der Beschreibung verlinkt ist. Und auch hier kann ich das Ganze jetzt mit OK bestätigen und wir sehen direkt, dass das jetzt deutlich gedeckter ist, nicht mehr so grell und wir das sehr schön damit darstellen können. Das war jetzt ein praktisches Beispiel, wie wir das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben können und auch Symbole verwenden, um hier gar keinen wirklichen Text mehr drin zu haben, sondern wirklich eine schöne Visualisierung. Gerade für Präsentationen ist das sicher sehr angenehm. Die Symbole können wir uns dabei einfach in unser Dokument kurz einfügen und dann kopieren. Ich brauche sie dann hier nicht mehr und kann sie einfach löschen. Dann würde ich vielleicht meine durchschnittliche Entwicklung bei der Formatierung hier noch zurücksetzen, indem ich zu Start gehe und das Ganze auf Standard zurücksetze, sodass wir hier einfach den genauen Wert für unsere durchschnittliche Entwicklung haben. Wir sehen auch hier wieder, unsere benutzerdefinierte Formatierung maskiert das Ganze nur. Wenn ich jede einzelne Zelle auswähle, dann sehe ich immer noch den eigentlichen Wert dahinter. Genauso könnte ich meine benutzerdefinierte Formatierung natürlich ergänzen, indem ich den Wert wieder dazuschreibe. Vielleicht auch das noch als ganz kurzes Beispiel zum Ende dieses Videos. Ich drücke die Steuerung 1 und alles, was ich tun müsste, um meine Zahl wieder dazuzubekommen, ist wirklich das hier mit dem entsprechenden Platzhalter einzufügen. Also für meine positiven Entwicklungen schreibe ich einfach meine Raute und dann könnte ich ja einfach mein Icon in Klammern dahinter machen. Und genauso für meine negativen Entwicklungen in diesem Fall würde ich schreiben Minus Raute und dann mein Icon in Klammern dahinter. Für die gleichbleibende Entwicklung gebe ich nichts weiteres an, bestätige das Ganze mit OK und jetzt sehen wir, dass wir unsere Zahlen davor haben und danach in Klammern die Entwicklung. Mit der benutzerdefinierten Formatierung können wir also wirklich extrem flexibel arbeiten und Zellen, obwohl wir am Wert gar nichts ändern, ganz anders darstellen. In der Beschreibung dieses Videos findest du den Link zum Download der vollständigen Arbeitsmappe mit den Beispielen. Damit sind wir auch am Ende unserer kleinen Serie über die benutzerdefinierte Formatierung von Zahlen in Excel angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns über ein Like oder ein Abo für den Kanal. Und wenn du Ideen für weitere Videos, Lob oder Kritik für uns hast, dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du noch mehr über Excel oder auch andere Office-Anwendungen lernen möchtest, findest du in der Beschreibung des Videos außerdem den Link zu unserem umfassenden Microsoft 365-Kurs. In diesem Kurs konnten wir schon Tausenden dabei helfen, zum Office-Profi zu werden. Und ich würde mich freuen, auch dich dort wiederzusehen.